Also irgendwie hat OBS gerade sein ganz eigenes Ding gemacht, kurzfristig. Ich bringe auch gerade meine Aufnahme jetzt gekillt wurde, aber naja. Ist noch nichts passiert. Anyway. Infernax. Ich habe bisher viel Gutes davon gehört. Drei Screenshots gesehen, das war es eigentlich so ziemlich. Ähm. Das ist mal gerade leicht irgendwie so. Passt. Sögerung, Sprache, nein. Sprache, nein. Dankeschön. Hat ein weirdes Gemmary-Ding gemacht, will es äußern, aber weiß nicht wie. Al von Jose in der Tastatur. Hallo, Jose in der Tastatur. Ähm. Oh ja. Ist was, Panda. Du das. Bis gleich. Ich bin mit schuld. Ja, ich bin immer schuld. Mach einfach. Sag Weasel, er soll nicht da rummucksen. Mach einfach. Mach Musik. Jetzt. Äh. New Game. Wir nennen uns As- 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 Dor. Nee. Wir heißen eindeutig Slumbo. Slumbo. Slumbo ist ein guter Name. Classic mode. Casual mode? Nee. Intended difficulty for experienced players can be changed into casual any points. The young duke Slumbo, tired of the violent crusades, finally returns home. Die Grafik sieht das sehr... So. Ähm. Ja. Ninja Gaiden bissin. But Slumbo was unaware that something came back from the Holy Land to his homeland the year before. A mysterious book written by a madman whose scriptures were believed to hold great power. This is where Slumbo's adventure begins. Shores of Oppel. Oh, is this the, uh, Simon's Quest, Mr. Attack. Got it. Ähm. Oh, mein. Oh, mein Jeebus. Yep. We won! Ja, das ist ein Tart. Simon's Quest. In modern. Jump. Ich da rein. Ah. Locked. Okay. Theoretisch, aber ja. Das Game ist auch schon ein bisschen länger draußen. Lass mich nicht lügen. so eine halb, dreiviertel Jahr, würde ich sagen. Oh, okay. Musst du jetzt... Junge. Junge. Aber war schon sehr viel Gutes gehört davon. Kill me! Äh, ähm, choose fate. Help slay. Ach du Scheiße. Äh, chat. Help oder slay? Help oder slay? Slay. Okay. Oh, fress eingebrüht. May there be mercy for me when my time comes. Oh, ist echt game. Bin nur ein bisschen Blut verschmiert. The Poejas crell the pain of battle. Upgrade. Oh, brauche mehr Erfahrungspunkte. Er will sterben. Helfen wir doch einfach. Wir haben jetzt. Finde ich. Zwar eine sehr gütige Geste von uns, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen leiser machen. Ich glaube, die Ähnlichkeit zu Castlevania und speziellste. Simon's Quest ist nicht so ganz. Oh Gott. Unbeabsichtigt. Oh Gott. Okay, cool. Unbeabsichtigt. Wie der einfach zwei Schaden macht. Was ist denn mit dir los? Junge. Chill mal. Kann ich mich heilen gehen da drüben irgendwie? Ach du Scheiße. Junge. Habe ich ein bisschen Schiss vor dir. Und was zur Hölle bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Muss ich mal gerade. Warte, muss ich mal was hinpacken, ey. Bin ein bisschen schlecht aufgehoben. Da unten links, glaube ich. Mach ein Chat mal so da hin. Mach mal so hier oben hin. Boah, das ist okay, glaube ich. Ich mag den Grafikstil und die Musik vor allem sehr. Wow. Ich habe ein bisschen die Angst, dass ich einfach gleich instant tot bin. Also ja, der Bezug zu Castlevania und speziell Simon's Quest ist garantiert nicht so unfreiwillig. Und spätestens seit dem Angry Video Game, AVGN, Angry Video Game Nerds Review, zu eben Simply of the Nights, äh, Simon's Quest, würde ich sagen, ist das Game halt. Berühmt-Berüchtigt. Wie schlecht es wirklich war, kann man jetzt, äh, ne? Jetzt im Auge des Betrachters, no pun intended. Duke's Clambo, please aid us in battle. Duke's Clambo. Ouch. Deceased. Like the good old days, you go back to your last save point. I mean, okay, das ist nicht so weit weg. Wie das Spiel noch aufmerksam machen muss. Das war früher so, wenn man stirbt, dann geht's zurück zum Save Points. I know, das ist cool. Kein Beef damit. Wenn ich lerne, dass diese schnellen Geister einfach nur weggespampt werden können, das ist gar kein Problem. Alles kein Beef. Es gab damals Save Points. Nicht hier Auto-Save, ne? Aber früher, früher, als das Spiel noch, äh, ein richtiges Videospiel war und nicht, ja, Fortnite. Das ist, das ist nix, cool. Aber da geht ja nicht aus Spaß rum, oder? Und hier. Hm. Sellemalls. Gehen wir mal hier lang. Oh, Loot. Komm wir hier weiter? Ne, kommen wir nicht. Okay. Hab ich ein Bonus Gold? Sag ich nicht, ne. Hab ich eine Farme hier notfalls? Oh, guck mal, die Zombies sind jetzt da an dem Ding gespawnt. Easy Farmspots. Oh, falsch. Und ich hab solche Games wie, äh, Ninja Gaiden oder auch die Oldschool Castlevania Games auch erst viel später gespielt, als die eigentlich, als die eigentlich auf den Markt kamen, logischerweise, ne? Gut. Die meisten der richtigen Oldschool NES Hardcore Games, der macht auch zwei Schaden. Ist ja übel. Die kamen alle so raus, als ich gerade geboren wurde. So neben Trey. Und von daher war das ein bisschen vor meiner Zeit. Aber, ich hab zum Beispiel mal Castlevania, den Ersten sehr viel gespielt. Und sehr viel Ninja Gaiden, den Ersten. Welches richtig fucking schwer ist. Bis heute nie ganz durchgespielt. Also nicht ohne Safe Games, Safe States. Und selbst, das ist schon böse. Aber die Drums, ey, die haben auch Lust. Einmal getroffen, verlierst einfach zwei AP. Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Willkommen zurück, Sir. Open the gate for Duke's Clambo. Oh. Wird. Komm ich an Schwertbrudi? Okay. Safe Point. Ich habe heute 30 genannt. Schlimmer. Uah. Alter Sack. Happy Birthday. Happy Birthday. Dark Angel. Safe Point. Oh, ich kann sich auch mal was leveln, oder? Upgrades. Nee. 6. 7. 50. Und draußen will ich grinden geben. Ob wir ein Level Up können wir gerade grinden, oder? Die geben 15, oder? Mir fehlen noch. 10. 10. Easy. Jetzt noch 60. Oh. Oh Gott. Einfach spammen. Yeah, let's go. Easy game, easy life. Und ich glaube so in alte, old school Spielstile aufzugreifen, und die einfach mit moderner Quality of Life Features nochmal neu designen. Hat schon, hat ein gewissen Mehrwert, glaube ich. Also, ein gewissen, eine Daseinsberechtigung. Was machen wir denn? Bloß ein Power? Ja, oder? Aber bloß ein Health? Nee, bloß Power auf jeden Fall, ey. Ich habe gerade gemerkt, dass er mit Shift Up und Down seine Message History durchscrollen kann. Hier auf Twitch, mit drauf und runter doch, oder? Locked. Alles Locked hier. Kann ich mit denen reden? Nee, mit denen nicht. Locked. Locked. Kann ich ja runter. Locked. Warum sind alle Locked? Was ist denn mit diesem Dorf los? The what now? Satan, bist du es? The gate. Oh, the gate. Ah, du, okay. I have. I have. I don't help, I guess. Whoa. Da war knapp, ey. Yarep. Und ich wurde mich angekotzt. Thank heavens, you're safe. Father Henry, what is happening here? Thanks to you, Darzoff is safe. For now, rest first in the morning, we're set and to hunt to hunt the beasts. George Clumbo, you're awake. You found the monsters trail. Come follow us once, once you are ready. Okay, okay. Okay. now we're going to the hombre. We go to the gym. We go to the walls. All right. Now, we go to the house again. We can go to the house again. We go to the house again. We go to the house again. We go to the house again. Organisation. Das ist kind of a secret. I can tell you're impressed. If you want to attempt to gain my prestige, we met in the Tohan passage. Hans, do your thing. Hans, du machst das schon. Du musst speichern. Elfriede, the Great. Genuine. My husband has gone mad since he came back from Kajan to Peak. Would you please help him? Natürlich. Oh, thank you, my lord. He's in the house underground. He's in the house underground. He's in the house underground. Das geht garantiert sehr gut aus. Ratschmitz. Luke M. Please take a look and buy anything you want. Extra slot for potions. Oder slightly reduces damage taken. For 100? Auf jeden Fall. Okay. 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 Wie episch diese Sequenz ist, dass du Rüstung anziehst. Irgendwann sagt mir, das läuft nicht gut, wenn wir da unten den Freund helfen. Hallo? Oh, geht aber eigentlich. Weathered Man. Kajan to. My soul. Darkness. Help me. Kajan to my soul. Dark. Okay. Wenn wir in Kajan to sind, müssen wir seine Seele befreien. Got it. Ist gemerkt. Ist verstanden. Notiz wurde notizt. Oh, wer bist du? Jules. Ach komm. Ach komm schon. Ist das Family Jules? Ist das hier? Fucking damn it. Kamera bewegt dich. Darunter. This guy. Das ist doch YouTube Metal Mensch. My song died at finest in all of Opel. Oh, du lehnst gegen die Wand, oder? Greta. Greetings, my lord. So glad to see you returned. I'm surprised to travel to Ar... Arcos for work. I'm supposed to travel to Arcos for work. But the roads are dangerous. Not even Darceau feel safe anymore. These are dark times indeed. Oh... Oh... Take these for your journey. It's on the house. Oh, free potion. Oh, nice. Lord. An unholy skeleton is haunting my father's grave. I beg you. Destroyed abomination. It haunts my father's grave back east towards the docks. Ah, was ist denn zurücklaufen mal noch? Kill the quests... The quests... The... The graveyard haunting skeleton. Ah... Metal, Leute. Hey, Boston. Wie geht's? Hey, na? Können wir uns hier wieder raus und side quests machen? Ich hoffe, damit zerstöre ich jetzt nicht irgendwie meine andere Quests. Schöpfe der Nacht. Ihr seid keine Herausforderung für mein... äh... 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 für... meinen Stahl... Ball, der an der Kette hängt. Glaube ich. Nee, das ist... Das ist ein Morgenstern. So ein normaler, glaube ich. Ja, Brudy. Ist jetzt ein bisschen Scheiße. Ist das hier? Ist das der Grab? Ist das der Friedhof? Oh Gott, die Eiser. Oh, Leute. Manchmal tut es ein bisschen schwer dazu zuhören, ey. Ich bin um voll safe. Spring. Ah, no. Fall runter. Fall runter. Sehr gut. Easy. Äh... Es geht. Mit... 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 Mit dem Kopf. Oh. Okay. Fühler. Ich hoffe, wir können nicht ein bisschen ablenken und vielleicht auf andere Gedanken bringen und so. Was soll ich dazu? Chill mit uns. Klasse, wir müssen die Prübe mit unseren zulabern. Wir haben Grammar glücklich gemacht. Ich hoffe, das war nicht ihr Mann, der einfach zum Mördersklatt wieder wurde. Ah, selbst wenn. Es kann dann Ruhe, Frieden. In Ruhe, Ruhen. In Frieden, Ruhen. So. In Ruhen, Frieden. In Frieden, Ruhen. ist echt gut, ey. Es ist kein... Es ist kein The Messenger mit dem unglaublich genialen Soundcheck von Rainbow Dragon Ice, aber es ist ähnlich gut. Ne, aber ernsthaft, also The Messenger richtig geiles Spiel, richtig abgefuckt, cooler Soundtrack, ey. Das Upgrade für den Trank kostet auch 100, ne? Ja, komm, nehmen wir gerade mit, oder? Yes. Wir haben zwei Potion Slots. Wir können die beide auffüllen, hier. Oh, das sind einfach zwei... Oh, okay, das sind zwei verschiedene Slots. Äh, zwei... gleiche Slots übereinander. Got it. Was ist das eigentlich? Da war ich eben gar nicht drin, ne? Oh, would you like to learn a spell about a bar trinket perhaps? Oh, ich sehe Spells lernen können. Well, fuck. The salespot looks a lot like the... the stain on the side of the Burger King in Nürnberg. Does it? It's a living. Well, sure, keep's near, my lord. Wo waren jetzt die Grandma eben? Oder doch hier. Ne, wo war denn? Innen war die, ne? Ganz, ganz, ganz rechts außen. Da! Grandma! May you finally rest in peace. Take this gold to the talk of my fangs. Come back to my inn anytime you need to... Okay. Let's complete it. 100 Gold! Nice! Und jetzt nochmal... Warte, den Spell eigentlich kaufen, ne? Den Schild-Spell. Ja, sure. Oh, das ist... Okay, Treik ist Heilung. Ich verstehe das gerade. Treik ist Heilung, Kreis ist... Ah... Ah... Got it! Increase the strength of your armor. Auf wie lang? Oh... Wahrscheinlich nur in einer gewissen Zeit. Oh, nicht lang. Gar nicht lang! Gut. Dann mal zur nächsten Quest. Warten schon mal für uns, wahrscheinlich. These days, it seems, there's only bad news. Tell me, true good sir, have the heavens truly forsaken us? Backing then back, there was SS office. And cover the prayer symbol. Oh, because of... Oh, goddammit. Goddammit! Oh, goddammit. What are you doing? That gold is for the needy. Oh, goddammit. Äh... My bad. Whoops. Wie zu spät jetzt? Sorry. So, die Kirche. So, die Kirche. Ja, ist okay. Lass uns nicht drüber reden und dann ist es gut. Es ist, äh... Da habe ich gerne über positive Dinge und streamen. und, äh... Relativ ungerne über... Irgendwas, was irgendwas mit Nazis am Hut hat. Ja? Weiß nicht. Eigentlich eh immer so schlecht für die Stimmung. Oh, hey. Arsch. Das war ein Freund. Und... Oh, hier geht's nicht weiter. Oh, Winter. Was denn? Die Kirche hat damals auch nur den Leuten das Geld abgeluchst. Genau wie heute. Ich bin free Geld und Erfahrungspunkte mitnehmen. Klaro. Wir könnten gerade nochmal leveln, glaube ich. Aber es kommt sicher gleich nur in Save Points. Den, 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 den. Was sind diese Schleimspuren hier, ey? Oh, das sind die Schleimspuren von dem Vieh, das wir eigentlich suchen und verfolgen. I get it. Der war... No! So, please. Das ist ein Junge. Der Death Counter schießt in die Höhen, ey. Ich weiß nicht, ob ich hier so mich umgucken soll. Oh, Save Points. Upgrades! Und auch noch Menschen umgebracht. Kann ich ja nix dafür. Ich bin ja nur... Ich bin ja... Ich will ja auch nur mit euch hier chillen und ein paar Monster verprügeln. Nicht dafür, wenn die ganzen Dritter halt nicht kämpfen können, ey. Die Schleimspur ist wichtig, sonst verläuft man sich schnell. Für ein 2D-Game kannst du hier in recht viel verschiedene Richtungen laufen. So ist es nicht. auch so typisch Oldschool RPGs und die Soundworks dafür. Immer diese... diese galoppierende Baseline. wo ist der Fan davon? Geht's da rein? Locked! Okay. Ich bin ja nur mit der Spur da. Oh. We've dragged the wretched creature To the citadel Forward man, avenge our fallen And have more fallen probably Alles beim Maiden geklaut ey Magst du nochmal zuschlagen oh Gott Oof, ouch Let's punch it Ach, du schloss We killed it Kotzi Kill the monster at the citadel Da haben wir nur zwei Leute verloren, glaub ich The citadel still radiates the foul stench of dark magics Kommen wir da rein Hier kommt No one knows Why our troubles began about a year ago But since that day This has been here The magic sea locks the door I have seen A gem such as these In Valshire Keep Before we had to condemn it Or before Karma We had to condemn it Julius Please give the lord's clamber The key to the keep You fight bravely my lord He has the key May your faith protect you Goothman In your Quests If you ever find yourself lost Come to see me For guidance At Darsha Hunt down and kill the beasts Got it Break the five seals So, und jetzt gehen wir hier rum und suchen die die fünf die fünf Schreien der Dunkelheit. Schreiner der Dunkelheit wahrscheinlich. Schreiner der Dunkelheit. Reden ist schwierig manchmal. Was ist hier unten? Wir haben noch eine Karte, oder? Library? The fuck? Oh, das sind Demons? Oh, das ist aber sehr viel. Ach, du Schande. Ach, du Arzt. Ich muss sagen, Leute. Guten Morgen. Wir sind Mates. Hallo. Vielen lieben Dank für die Raids. Willkommen. Hallo, liebe Raiders. Habe ich nicht so eine Art, so ein Menü? Ah. Guten Abend. Hello. Bizzo. Hey, hi. Mal kurz die Game-Pause nutzen, um mich ein bisschen zu strecken. Hallo, liebe Raiders. Wie geht's, wenn ihr hier seid? Wie war euer Stream? Harry Kahn, hello. Na? Wenn das ihr hier seid, willkommen. Willkommen im Stream. Na, wie lief's bei euch? Was habt ihr getrieben, meine Lieben? Ah, guck mal. Wir haben also verschiedene Bereiche von der Karte. Ich bin sogar jetzt schon in Wilkshire. Wilkshire. Ja. Vielen lieben Dank, dass du den Menschen vorbeischickst. Elite Dangerous. Ah, ja. Ah, ja, sehr cool. Zockst du öfters, oder? Hast du das letzte Mal nicht auch schon von erzählt? Sehr cool. Sehr cool. Ja. Wer gerade zum ersten Mal vielleicht mal drüber kommt. Erstmal hi, mein Name ist Winter. Wenn ihr hier seid. Der zockt normalerweise ziemlich viel Indie-Games. So aller, allen, ähm, allen Geschmacksrichtungen. Muss man auch machen. Das mach ich viel zu selten, ey. Dass die Leute hier Shoutouts geben, ey. Das ist, ich muss mich dran gewöhnen. Dass es jetzt ein Twitch-integriertes Shoutouts, ähm, ähm, Feature gibt's. Das man auch benutzen kann. Um Leute zu Shoutouten. Goddamn. Und das ist ein Hauptspiel. Ja, sehr cool. Ich find's nice, wenn Leute Games haben, wo die sich wirklich so drin wiederfinden, dass sie es quasi täglich spielen könnten. Das wäre bei mir, glaube ich, höchstens so Dark Souls. Aber dann auch alles Dark Souls. Ja, ähm, wir spielen ja hauptsächlich eigentlich Indie-Games. Ähm, wenn nicht, dann ist es da die das ist doch hier die selbe Ecke wie aus Simons Quest. Wir brauchen irgendein Kristall wahrscheinlich. Und dann stellen wir uns hier hin und ducken uns und dann kommt ein kommt ein Wirbelwende und nimmt uns mit. Man kennt's. Anyway, wir haben normalerweise Samstags eine Show. Die nennt sich Indie-Samstag. Wo wir äh, neue Indie-Games antesten, anzocken. Oder auch gerne mal ältere Klassiker. Die ich vielleicht noch nicht kenne oder gern mehr Rampenlicht geben würde. Und da ich am Samstag aber nicht streame, da ich nicht zu Hause bin, haben wir das nämlich noch vorverlegt. Und machen jetzt heute Indie-Mittwoch. Oder so. Und gerade schauen wir in ein Game rein, das nennt sich Infernax. Ne? Infernax. Oder rein? Nee, nicht so einfach. Okay. Infernax ist ganz klar inspiriert von so alten Castlevania Games, speziell Simons Quest. Für den NES. Welches, äh... Oh man. Welches ein bisschen berühmt-berüchtigt ist, seit dem... seit dem der Angry-Angry-Videogame-Nerd sich das mal vor... Oh, oh, oh. Oh, what a horrible night to have a curse. Oder? Jopp. Sogar, sogar, sogar so weit gehen die Anspielungen in Unsungens Quest. Gadets. Willkommen zurück, Panda. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, aber ich habe das Gefühl, ich spiele das Spiel durch. Also heute Abend wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das Game ist dann doch ein bisschen zu lang dafür. Ach, du Scheiße. Ja, ich komme später wieder. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich glaube, ich muss da noch nicht hin. Später gerne. Aber nicht jetzt. Weil, nee. Das ist ein bisschen übertrieben. Ballmond. Guck mal. Ach, du Schande. Was geht denn da unten jetzt ab? Kannst mich mal, ey. Fuck, das ist auch so. Knapp, ey. Weil, ich kann mal gut weggrinden die da. Die geben ganz gut Erfahrungspunkte, die Geister hier. Was ist mit dir? Hüpfe Geist. Easy. Angriffsspam. Und gut ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Eine gute Nacht. Alles klar, Mermaids. Immer vielen, vielen lieben Dank, was Menschen vorbeischicken. Ich gelobe, gut auf die Acht zu geben. Und euch allen, falls ihr ins Bett geht, oder wer immer ins Bett geht. Eine wunderbare Nacht. Und süße Träume. Padre und Stadt. Uh, was ist denn hier? Robert. Greetings, Knight. I am Robert. It is a pleasure to meet you. Would care to join our reverie? Father Henry, that insufferable fool. Someone should teach him a lesson. Let's destroy that precious holy tomb of his. What would you say? Ich weiß nicht mehr, worum es geht. Ah, if I had access to James' library, I could craft a powerful spell. Okay. Oh, hier ist noch ein anderer Magier. Those men outside have refused to leave my land and are causing such ruckus. Will you please talk to them? Ist er jetzt echt nicht echt nicht mein Problem, oder? he is a robot, he is a cop, he is a robot cop. Dammit. Happy luck, Leute. Wollen wir mit den reden? Ich weiß es nicht. die können davon abhängen, wie sie wollen eigentlich. Ja, reden kann man mit denen. Let me know when they're gone. They're unsettling. New quest. with the Vagabond camp. What can I do for you? You can't be here. Yeah, my man needs some rest once we finish our drinking. We're gone. Care to take camp with us tonight? You look thirsty as well. Drink with us. Expelle or stay. Okay, was machen wir? Wir saufen mit denen und dann und dann gehen die morgen früh? Klingt so nach der win-win Situation, oder? Wir können auf die acht geben, dass sie keinen Unsinn bauen. Erst trinken, abstauben, dann verscheuchen, oder? Ja. That's the spirit. Rest with us, sir. You deserve it. One drink. One drink. One drink. Lass mich raten, es ist nicht nur ein drink. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, my head. What happened? I should check back with James. Deal with the Vagabond camp. Erfolgreich? Oh, die sind jetzt hier eingebrochen, oder? Well. Rest and rip James, ey. Looking for James? He had to leave. But look at his library. I can make powerful spells with this. Are you interested? Drain life. Klingt da ein guter Spell. Also war vielleicht gar keine so tobe Idee. Also sicher nicht Good Ends. Und sicher nicht die, die, äh, weiß nicht. Die, äh, Entscheidung, die uns die Vorten ins Himmelreich öffnen wird. Aber hey, weißt du. Räume ich ein Geld. Noch zwei. Wir merken uns, Saufener führt zu... Brainsperr. Wenn wir damit anderen Schaden zufügen können. Und selbst heilen. Ja, auf jeden, ey. Neues Spellland. heal moderly and drain swap potions swap spells got it hören wir gleich mal aus das ist glaube ich schon so ausgelegt dass man dass es gute entscheidungen gibt und böse entscheidungen aber auch leichte und schwere also den spielverlauf leichter und schwerer machen das sind so die beiden die beiden arten von entscheidungen die man treffen kann und wir gehen mal aber hier wenn ich ganz an links gehen das war wahrscheinlich der gang wo ich jetzt eben gesagt habe ne mache ich später weil schwer hier ist sens fortjahrs verarmert das mache ich später ich habe schaden bekommen davon das war durch absicht habe ich dann mein spell jetzt testen kann kostet viel mana aber hey nice da habe ich nicht nähe willkommen auf dem discord boston normaler regenerieren wahrscheinlich gar nicht also an an safe spots da wo ich mich ohnehin heile jetzt mein bauchgefühl zumindest ist das einfach mehr so ein zusatz eine erweiterung der helft war wenn man so will kann mana verwenden um mich zu heilen aber wenn das mal weg ist es weg sehr german all subjects no general chat yeah it is it's called spam spamraum ist general chat wenn man so will nicht hier von hier ist es dann wahrscheinlich Erkunde die Welt. Such die vier... Fünf Kristalle sind es hier. Und dann... Dann hat man dann Zugang zum Schloss wahrscheinlich, zum letzten. So, Upgrade. Wir haben noch mal... Oh, wir haben so viele Erfahrungspunkte, ey. Mehr Schaden auf jeden. Und safe. Ah, hier sollen wir eigentlich rein, ne? Okay, aber diese Fallen da sind auch... Erstmal sehen die Brudal aus wie die Fallen aus Sonic 1. Oh, cool. Ja, ich... Talent. Talent! Und... Oder auch aus Castlevania 1. Spamist General spricht für Deutsch. Ich meine, es sind... Ja, der Discord ist hauptsächlich sprachunabhängig. Und damit meine ich Deutsch und Englisch. Und Spam ist inzwischen einfach auch ein deutsches Wort, ey. Oh Gott, da war auch sehr klug. Es gibt genügend Begriffe aus dem Englischen, die einfach quasi inzwischen zur deutschen Sprache dazugehören. So Spam zum Beispiel. Oh Gott, ne, warte mal. Oh, wie komm ich denn da rüber? Knapper Jump. Oh! Unten jetzt? Ja, okay. Oh! Okay, fuck. Ich habe versucht. Ich habe versucht. Alter, ich habe keinen Schaden davon, oder was? Unfair! Das ist nicht fair! Ich verstehe, ich bin nur in einem Arschloch, weil ich in der Vari, nachher bin. Woher bist du von? Like, are du ein native Englisch-Speaker? NOO! Werden bestimmt helfen können. Aha! Oh, dangerous. Ich bin von Boston. Hätte man sich fast erahnen können. Hätte man sich fast erahnen können. Aber... Uh, bist du, Kollege, ey. Aber ich darf nicht fragen. Ich frage mal. Hammer... Hältst du aus? Junge! Brudal Schaden, wenn der einen trifft. Too 50! Hell yeah. Köln, you want Kölsch? Kölsch? Kein Bier, ey. Oh, jetzt ist doch mal klug das da. Warte mal, jetzt ist der gleiche Stück nochmal gestorben, ey. Wie geht denn das? Ja, das ist cool, ich mag Köln. Und Kölsch ist ganz cool. Oh. Wallchicken. What was I thinking? Bleh. Ich hab gar nicht mehr gesehen, dass da Wallchicken war. Ich hab einfach daneben dran gestanden. Hallo? Köstliche Wandhähnchen. Beste. Heule mal nicht so, ey. Ich heim mich mal gerade mit meinem tollen Hals. Okay, gut. Oh, mach ich jetzt noch mehr Schaden? Freund, ich helfe. Nee, Quatsch. Ich habe den mit einem Schlag gekillt, weil ich ihm schon vorher Phe abgezogen hab. Castlevania ist derg. Das ganze Game ist quasi ein Castlevania-East-Deck. Oh, gucken die an! Fucking Chad! Okay, der nicht. Auf jeden Fall Beta-Mail. Da muss schon der Sigma-Mail vorbeikommen, um hier die Skellys zu verprügeln. Ah, der ist Glüh von eben. Oh, heil. Ja, ha, ha, ha! Kohl-Ege. Ah, okay. Ich hab einer P. Äh, heil. Gut. Junge, Junge, Junge. Kamiot-Tits. Akuna, Jotatas. Komm her. Oder auch nicht. Bleib, wo du bist. Komm schon. Kölsch schmeckt wie schlechtes amerikanisches Bier. Nicht gut. Es geht, finde ich. Es ist kein... Karlsberg. Ne. Das ist richtig. Und noch ein Spell. Karlsberg. Beste. Thunderstorm. Hier HP. Bayreuther. Sicher. Bayern haben hier jede Menge ein gutes Bier, ey. Ist Bayreuther und Bayern? Ich weiß es nicht. Ich höre eine Geografie, ey. Aber wenn du aus Bayern kommst oder gerade da lebst, dann hast du sicher... genug Meinungen zu bayerischem Bier. Oh Gott. Noch so einer. Ey, Junge. Das ist Bayern. Guck mal hier. Gut geraten, oder? Weil Bayreuth... Englisch, aber passt schon. Ja, okay. Fahre nicht. Ach, weißt du? Weißt du? Weißt du? Das ist okay. Ich kann nicht behaupten, dass weder Geografie noch Erdkunde... Weder Geografie noch Bierkunde, wollte ich eigentlich sagen. Oh. Meine Stärken sind's. Aber Geografie und Erdkunde sind auch beides nicht meine Stärken. Der Bayer passt schon. Auch wenn manche Bayern das verneinen, Franken ist trotzdem mein Fall von Bayern. Okay? Oh. Augene? Mehraugene. Oh. Oh, was seh ich? Oh. Oh, ist das ein Auge treffen wahrscheinlich, oder? Ja. Outsch. Fucking Jesus. Ah, fucking Trink Come Here, come Woooo, darken up Hold it Hold it Okay, das Soundtrack ist übelst Ninja Gaiden-esque Also das Boss Team, meine Schatz Oh, das war Glück Hey, spam nicht Ah, komm, du Arsch Komm, noch zwei Treffer, dann ist er tot Komm schon, trau dich, komm rüber Ha, first try First try Hell yeah Old-school NES-Bosse Beste Beste Oh, ab Gib, ob Gib, ob Gib, ob Muss ich draufschlagen? Oh, ja Okay Okay Ja Jetzt hat er von fünf Von Hei Ga Jin Ich hab heute Bossgekämpfe gar nicht mitbekommen, was du dich dazwischen reingeschlichen hast, oder? Oder schon, egal, ich hab ich, 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 äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, vieles auf meinen Schlafmangel oder meine schlechte, schlecht geschlafte Nacht zu sich, ne? Ich hab den Überblick über Chat verloren ab Ich hab den Überblick über Chat verloren ab Health Upgrade drei oder zwei haben wir jetzt aktuell Ja Immer gesaved War ich, burn, ich, ich, äh, ich, äh, ich Wäre eigentlich schon ein Game, was wir mal weiter und durchspielen könnten. Aber nicht bevor wir die ganzen anderen guten Sachen gespielt haben. Und der bessere... Oh, vielleicht kann man die jetzt aufsprengen mit dem... Ne? Okay, kann man nicht. Probleme in Form von von Valheim nicht loskommen. Da kann sich mit Travis ganz sicher zusammenschließen, der der heult uns die ganze Zeit die Ohren voll, dass es nicht mit dem Valheim weitergeht. Relatable. Ich würde auch gerne weiterspielen, aber manchmal passt es halt nicht. Ihr seid halt so... Was ist denn hier? War ich hier schon drin? We've heard that Blinganz are struggling with the roads that sort of devil. Can you help him? Sure. The man is we last seen in the Valse much mostly after dark. Can it really be safer again? Natürlich. Neue Quests. Kill shit. I was once a farmer before my land was ransacked by monsters. I want only to return to my lords. Landlord? If I give you the key to the barn, can you remove the monsters lurking in there, please? Sure. My deepest thanks to you. My farm is just past Raksha keep. You can't miss it. New Quests. Keep helping our people, my lord. And I may have need of your aid after. Let's andere Quests machen. Und dann gibt er uns eine Quests wahrscheinlich. Ist ja cool. Es hat glaube ich eine echt coole so Quest-Struktur. Und... Story-Progression vielleicht ist ein gutes Wort dafür. Oh no, I like this game. Deep in the cemetery lies abandoned Necropolis. I heard this report has been overrun. Got it. Can we damit? Nee. In der Steam-Version gab es sicher ein Achievement für das... Für das... Wall-Chicken-Ding. Last time I was in Arcus, there were some strange folks out there. I can't believe the gold is gone. Why, lord? Why? Hallo, ich brauch das Geld. Ich muss Helden-Dinge tun. Okay. Will ich noch ein Spell kaufen? Wir haben einen Increased Max Life by One. Wait, ist das ein Spell oder ist das einfach... Ne, wir haben jetzt einfach mehr Health. Okay. Hat uns... Hat uns... ...more Healthy getzaubert? Yes. Take a potion. Take another potion. Gratis potions? You look tired, good sir. Would you like to rest here for a while? Sure. I'm out, man. Wait, what? What did you thought? Please, sir, help my husband. Ah, ja, ich habe jetzt hier. Ich habe jetzt hier. Ich glaube, was ich geing... Curse oder Insultate? Wait, what happened? Wait, what did I miss? Wait, what? Did I miss something? Ja, das sagen wir schon mal. Ups. Wenn irgendwas gesagt wurde, was dich stört, dann sag's. Dann sprich drüber. Ja, ich würde sagen, wir lassen sich an der Schlaf mal gut sein. Und schauen demnächst mal wieder. Also, es ist auf jeden Fall kein, ähm, kein, äh, dem, was man so in einer Session durchspielen kann, schätze ich mal. Aber, ähm, ist ein gutes Game. So nach, ähm, nach der ersten, nach der ersten Stunde. Wir spielen gerade mal eine Stunde. Es fühle ich an, als hätten wir schon, was denn, so 30 Prozent vom Game gemacht. Aber es ist vielleicht auch echt kurz, ohne knackig, das Game. Kann gut sein. Aber cool, ey. Okay, zudem, das Game ist, ähm, für, für, äh, es ist, wollte ich sagen, für, umme im PC Game Pass drin. Ne? Und wahrscheinlich auch nicht allzu teuer auf Steam. Ich guck gleich mal. Nochmal leveln? Ah ja, wir können doch einmal unser Mana upgraden. Äh, ne, aber lass uns mal so. Speichern mal, ich fang vielleicht eh dann von vorne das nächste Mal, mal sehen. Hat wohl echt nicht so aufgefasst, dass ich ein bisschen darüber lustig gemacht habe, dass man damit kann, an die Franken, an das Zippelklatschern kann echt nicht mehr. So. Ja, okay. Jetzt. Ja, jetzt vielleicht nicht die anfühlsamste Aussage, aber. Oh, das ist Willen, ey. Oh, das ist Willen. Oh, ja, ist ja auch krass, was er geschrieben hat. Ja, gut. Äh, überhetzte Gemüter und so. Ich, äh. Einfach gespeichert, ja. Es ist immer ein bisschen schwierig, auf Textformen ausfindig zu machen, was ein Witz ist und was nicht. Aber dann, wenn man sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, dann redet man drüber und sagt, hey, keine Ahnung, fand ich nicht so geil jetzt. Und dann kann man ja aufklären, wie das gemeint war. Aber, ach, von Grund, irgendwie gleich, weiß nicht, dann die beleidigte Leberwurst zu spielen. So oder so, keine Ahnung, falls du noch zuhörst, falls du noch da bist. War sicher nicht böse gemeint. Engaging. Einfach nicht Dinge zu persönlich nehmen. Anyway, das war Infernax, sehr cooles Game.